Willkommen wieder zurück zu die Unglaublichen! Ich hatte letztens festgestellt, ähm, Violettas Auftritt, also dieses Level, war nicht das drittvorletzte Level, sondern jetzt kommt das drittvorletzte Level. Oder? Nee, Quatsch. Nee, ich hab gesagt, das ist das drittvorletzte Level. Ist es aber noch nicht! Ich weiß, dass du hier bist, Fräulein Unsichtbar! Keine Sorge, ich werd' dich schon finden! Da bist du ja! Hey! Lass meine Schwester in Ruhe! Wow, wie machst du das? Keine Ahnung! Ist dir auch egal, mach weiter! So. Okay, ich spiele die beiden. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich geh' einfach da rum. Oh, ich verliere Leben! Sie können uns sehen! Sie können uns sehen! So müsste es klappen! Ich weiß aber jetzt nichts, was ich genau machen soll. Wenigstens kann ich mal frei herumlaufen mit die beiden. Und du nervst nicht. Soll ich vielleicht steuern? Wie komme ich da jetzt nach oben? Und da ist ein Gegner? Ich hab' schon eine Idee! Ich hab' schon eine Idee! Äh, ach da ist es! Nein! Zu wenig Schwung! Oh, cool! Wie ein Plummi! Hä? Hä? Wie soll ich denn da nach oben kommen? Nein! Vorsicht! Soll ich vielleicht steuern? Boah! So geht es denn hier lang! Ah! Kann ich da irgendwas machen? Nee! Ich kann nur herumlaufen! Wie lädt das Haare! Wie soll ich denn da nach oben kommen? Achso, von der anderen Seite! Mann! Also muss ich das mal hier lang gehen? Oh, nicht Flash! Los geht's! Oh! Mist, und da war bestimmt irgendwas Dichtiges! Wooooo! Chnappi! Chnappi! Ich weiß nicht wie lange ich das noch durchhalte! ist schon ein bisschen schwer zu steuern nein, passt ihn vor allem nicht ok, da ist einer dabei schnapp sie ah oh, falsch nein, was es ist nicht einfach ja boah, wie soll ich denn das schaffen das geht doch ah ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte schnapp sie schnapp sie schnapp sie schnapp sie schnapp sie schnapp sie weg mit euch na schnapp na toll ah ich bin doch jetzt wieder hier ok dann haben wir das schon mal geregelt los geht's aber nein, was machst du sie kommen das ist schwierig so müsste es klappen ok, geht nicht los weiter vorsicht flash ah ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen kann los geht's sehr schlau schnapp 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 oh schnapp so, Nummer eins schnapp 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 nicht dagegen schnapp 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 boah, nerven alle nächt schnapp oh, sogar mit laser ich muss der aber kurz weglenken Acc wie schnapp 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 sch schnapp 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 neue neue auch Klaut mir nicht in Speed, ey! Nein! Ich sie weiterhin noch wegschubse. Mal Lebenspunkte! Nee! So weit ich zwei nicht, aber... Mann, Alter, was ist denn das? Oh! Oh, wo lenkt sie denn hin? Vorsicht! So! Ach so, der Abel schon? Soll ich vielleicht steuern? Oh, wie blöd das Mann! Den habe ich schon... Sie kommen! So, der ist ja andererseits. Neupass! Was ist das denn, ey? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte! Oh, würdest du mal dahin lenken, wo ich dich da hinlenke? Oh! Was war das überhaupt denn? Würdest du mal dahin gehen, wo ich dich hinlenke? Dann würde es einfacher gehen! Oh! Mann, Alter! Ihr alle nervt nicht! Wui! Geht doch! Die schießen erstmal seinen eigenen Kollegen ab! Schnapp! Hier! 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 Ah, gut! Wenigstens musste ich das nämlich wieder von vorne machen! Hier! Ihre Haare! Boah, Alter! Los geht's! Da hast du! Ziel in sich! Ziel in sich! Ziel in sich! Ziel in sich! Wo muss ich? Wo muss ich lang?! Oh! Wo hat der mal wie blöd bist du denn? Nein! Mann! Nein, Mann. Sie können uns sehen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Mann, Alter, das ist dein Ernst. Dann muss ich auf die andere Seite. Soll ich vielleicht steuern? Aber es war mir irgendwie schon klar, dass es diese Richtung klang ist. Oh, nicht schon wieder. Hallo, ich komm nicht mehr weg. Und weg bin ich. Jetzt verstehe ich mit den roten Balken. So, müsste es klappen. So. Das bedeutet, wie schnell da in dem Moment Flash ist. So, dann warte ich erst mal. Nicht runterfallen. Soll ich vielleicht steuern? Nein! Ich sag dir nicht runterfallen! Alter! Jetzt sollst du runter. Wenn es überhaupt richtig war. Nein! Nee! Alle einmal nicht nerven, danke! Jetzt kann ich ja schon wieder da. Jetzt sollst du jetzt da drauf bleiben. Ich wollte gerade runter gehen. Mann! Aber ich denke mal, ich muss dann runter. Sie kommen! Ich komm bei dich! Mann, Alter! Wieso immer da runter? Wieso? Oh! Und du nervst mich! Die geht mir grad tierisch auf den Sack. Mann, du Scheiß zu Sack! Und jetzt nimm doch mal den Scheiß-Midi-Pack! Und jetzt nimm doch mal den Scheiß-Midi-Pack! Ich glaube, dass hier richtig ist. Soll ich vielleicht steuern? Ah ne, ich glaube, ich musste auch da lang. Alter, wieso? Wo? Ich fand's so blöd! Ich fand's so blöd! Ich warne dich! Flieg's da einmal runter! Ich glaub da oben ging's. Tschüss! Nicht da runter! Sie können uns sehen! Und jetzt gefunden! Boa, Alter! Ja! Ich liebe dich! Wow, oh! Ich sag an euch Tschüss und das Level war nervig.